Hallöchen Leute und Willkommen zurück bei It's MoTV. Wir haben heute was ganz besonderes vor, die liebe Anna, hier, Au, äh, nicht das Foto, Annas' Foto, das, ich weiß, sie war mal meine Freundin, aber das ist jetzt alles im Guten beendet. Das ist Anna und sie hat Geburtstag und für sie machen wir eine Geburtstagsfeier. Das Schwierige daran ist, dass es eine Überraschungsparty werden soll. Das heißt, keiner darf davon erfahren, weil sonst ist es ja keine Überraschung mehr. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn euch irgendwas total auf der Seele brennt und ihr das jedem erzählen wollt, aber nicht könnt. Und das ist total schlimm. Also, das heißt, heute wird erstmal eine Rolle gespielt. Unsere Schauspielerin wäre verdammt stolz auf uns und ja, wir hoffen, dass sie es nicht erfährt und wie das Ganze dann am Ende aussieht und wie wir das alles regeln mit der Organisation und so. Seht ihr heute. Viel Spaß. Jetzt geht's los. Annas große Überraschung naht und... Ah Leute, da kommen sie. Wir tun jetzt einfach so, als wären nichts und sind verdammt normal. Hey, Anna. Hey, alles klar bei dir? Pass auf, ich filme nicht einfach, wie du morgens zur Schule kommst. Geh einfach mal ein bisschen weiter und dann filme das. Ach doch mal ein bisschen mehr. Komm, soll doch so aussehen, als würdest du hier gerne hingehen. Erzähl mal irgendwie ein bisschen was oder so. Bisschen fröhlich sein. Kommt schon. Erzähl was. Was soll ich denn erzählen? Kommt schon. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Danke. Danke schön. Oh mein Gott, danke. Danke. Meinen Traum zu erleben. Hey. Das hättest du jetzt wirklich, wir hätten deinen Geburtstag vergessen. Echt. Echt. Und das Beste ist, es war noch gar nicht alles. Oh, 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 oh. Der Sohn wird wenig sein. Was ist der für mich? Ja, das ist für mich. Das ist der beste Geburtstag, den ich je hatte. So Leute, dann würde ich jetzt mal sagen Party. So Leute, alle sind glücklich, es hat alles funktioniert. Alle hatten den besten Geburtstag ihres Lebens. Und ich hoffe, dass wir uns beim nächsten Video wiedersehen, wenn es wieder heißt It's MoTV. Ich freue mich auf dich, dich, dich und dich. Es war mir eine Ehre. Euer Mo. Geburtstag. So Leute, schön, dass ihr heute mal wieder eingeschaltet habt bei It's MoTV. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir doch gerne einen Daumen nach oben oder abonniert unten kostenlos. Und sagt mir doch auch einfach mal in den Kommentaren eure Meinung, was ihr zu diesem Video sagt. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich freue mich auf euch vielleicht beim nächsten Mal. Und wenn ihr Bock habt, sehen wir uns ja gleich sogar schon wieder. Weil ihr könnt hier auf einen Link um mich rum klicken und auf ein anderes Video eurer Wahl kommen. Ich freue mich auf euch. Euer Mo.